Mario K schläft. Tim schläft auch. Mal gucken, was er so träumt. Okay. Ja, also dass Tim das träumt, das kann ich bei dem Mie verstehen, weil es halt doof ist, wenn man die ganze Zeit mit einer Glatze rumläuft. Hey, hey! Von daher passt das schon so einigermaßen. Aber, ja, okay. Oh ja, es war nur ein Traum, Tim. Nur ein Traum. So, jetzt träumen wir wieder von irgendwelchen vernünftigen Dingen. Keine Ahnung. Reviews machen oder so. Emma ist hier. Auch sie träumt. Lass mich raten. Sie träumt wieder, dass irgendwelche kleinen Figuren der Bewohner sich unter Gegenständen verstecken. Nee, deck die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Was zum Teufel? Solarzelle mit der Hand? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ach so. Deckt die Solarzelle mit der Hand ab. Hätte ich jetzt. Nee, wie soll das denn erkennen? Ich bin... Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich hätte gedacht, irgendetwas drauflegen auf den... Na, auf dieses Feld dort unten. Deckt die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Ich habe jetzt mal spaßhalber meine Hand draufgelegt, beziehungsweise das kann er gar nicht erkennen. Mein Finger jetzt mal draufgelegt. Passiert da irgendwas? Der Balken wandert weiter. Weiter nach rechts. Das sehe ich ja auf dem... Auf dem Bildschirm. Wie lange soll ich jetzt den Finger hier... Auf dem Bildschirm, auf dem PC meine ich. Ähm... Wie lange soll ich den Finger jetzt hier draufhalten, damit das noch irgendwie weiter nach rechts wandert oder so? Blups, blups. Irgendwie... Verstehe ich das nicht so... Nicht so hundertprozentig, was die hier von mir wollen. Also es funktioniert nicht, indem ich irgendwie von links nach rechts wutsche? Auch nicht von rechts nach links. Wutschen und wedeln. Vingardium Leviosa. Da wische ich ja genau die richtige... Nö, keine Ahnung. Den Traum verstehe ich nicht. Hm. Gut, dass das nur ein Zaun war. Kurios. Was träumst du denn nur? Und warum bekomme ich jetzt eine Solaranlage oder so dafür? Also... Wofür auch immer die ist. Nestle ist hier und spielt mit ihrem 3DS. Moe ist hier und... Dem ist kalt. In seinem Kostüm. Sidney ist hier und schläft. Edna ist hier und... Schläft auch. Alles Schnarchnasen. Abends kurz nach 21 Uhr. So Edna, was träumst du denn? Zwei... Aber das. Nanu, was ist denn das? Jan, schmatz. Jetzt geht's mir wieder gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechszehn, sieb. Oh, das ist ja irre, echt vollkommen irre. Gut, dass das nur ein Traum war. Erkandor ist hier und träumt auch seltsame Dinge. Man kann aber interessante Gegenstände so abgreifen. Indem man hier die Träume der Bewohner eindringt. Achtung Erkandor, da ist ein Loch! Oh. Hallo? Was? Hätte ich da was tun müssen? In letzter Zeit träume ich nur noch so viel. Hätte ich das verhindern können, dass er noch runterfällt? Schatze halten, Gulli-Deckel. Aha. Irgendwie ist das alles seltsam. Maxi ist am Glücksbrunnen. Hellnagel ist hier. Boi ist hier. Oder Johannes. Mal gucken, was der so träumt. Vielleicht irgendwas von Joker sein, neun... ...kumpel. Wenn du ein Restaurant genau um Mitternacht betrittst. Findest du auf der Speisekarte nur ein Menü für Zombies? Ach was. Klar, weiß doch jeder. Alles nur geschwindet. Haha, alles nur erfunden. Wow. Was ist... Okay. Gut, dass das nur ein Traum war. Find ich lustig, dass der Weihnachtsmann solche Schauergeschichten erzählt. Hm. Schatze halten. Pups kissen. Och nein, wie herrlich ist denn das? Oder so. Düp, düp, düp. Vogel ist auf dem Aussichtsturm. Und Santa Claus ist hier. Ja, dann gehen wir doch mal zu... Ohoho, dem Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten. Ich bin Weihnachtsmann. Bin immer energiegeladen und zu allem bereit. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich wurde geboren, um über die ganze Welt zu herrschen. Ach so. Das ist der große Masterplan dahinter, ja? Das ist... Okay, interessant. Ja, das... So habe ich das noch nie gesehen. Aber okay. Jetzt ergibt das mit den Geschenken und Kinder ausspionieren und so weiter auf einmal so viel Sinn. Musste aber noch ein bisschen an deinem Plan feilen, glaube ich. Ein kleines Dankeschön. So, hundertprozentig ausgegoren ist der noch nicht. Item erhalten. Hypnoseset. Steht der Weihnachtsmann denn auf Apfel... Apfelkuchen, Entschuldigung. Kuchen und sowas geht immer, ne? Ja. Ich glaube auch. Mag auch einleitig lieber als Reis. Und das Ganze kann er noch mit einem netten Orangensaft hinterher spülen. Und den mag er natürlich überhaupt nicht, weil wir alle wissen, dass Weihnachtsmänner nix mit Orangen am Hut haben. Gut. Ja, Rolle, Rolle, Rolle in seinen wunderschönen Zimmer. Das ist gut. Das ist schön. Das ist toll. Besuchen wir doch Maxi nochmal am Glücksbrunnen. Wo sie ein bisschen spazieren geht. Alleine. Beim Mondenschein. Am Brunnen. Und so. Weiter. Und so. Vorrat. Maxi. Wohin gehst du? Was tust du? Warum? Und so. Überhaupt. Generell. Irgendwie. Weiß ich scheinbar sehr nicht. Okay. Aussichtsturm. Vielleicht. Oh. Spielvogel. Hat es irgendwie. zu seiner. Zu seiner. Schräg. 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 Aufgabe gemacht. Den Nachthimmel. Zu betrachten. Und. Die Stille des Aussichtsturms. Zu genießen. Auch ein sehr schönes Hobby. Kann man durchaus mal. Äh. So. Ja. Kann man durchaus mal so machen. Oh. Und jetzt ist auf einmal ein Spielvogel hier. Und. Äh. Träumt auch noch gleich. Irgendwelche komischen. Äh. Unanständigen Dinge. Oder so. Da bin ich mir doch fast sicher. Moment. Halt. Bleib stehen. Was. War. Das. Nur ein Traum. Bei ihr hat das irgendwie anders funktioniert. Komisch. Scherz erhalten. Gullideckel. Ja. Das tut mir an der Stelle fast leid. Ich merke aber jedenfalls. Ähm. Oder Weihnachtsmann hat auch noch. Pff. Weihnachtsmann hat auch noch einen Traum. Ich merke aber jedenfalls den Nachteil. Wenn man spät abends irgendwie spielt. Die ganzen Charaktere schlafen. Man kann sich gar nicht mehr anständig um sie kümmern. Ska. 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 Aber das. Na nun. Was ist denn das? Na gut. Wir kennen es ja. Wenn wir es ganz übersprachen. Bringt's. Bekommt man auch das Item. Okay. Gut. Dass das nur ein Traum war. Jaja. Kein Problem lieber Weihnachtsmann. Er träumt dasselbe wie Edna. Nein. Ist es nicht schön. Die beiden werden noch absolute Seelenverwandte. Ich seh's kommen. Mo. Nesselranke ist kalt. Joker. Gendorf. War ich bei dir heute schon? Können wir gucken. Ob ich dir noch ein paar Wünsche erfüllen kann? Guten Abend. Ich will doch nur, dass ihr irgendwie neue Level erreicht. Meine Freundschaft mit Hering soll nie zu Ende gehen. Die wird doch bestimmt nie zu Ende gehen. Aber wäre mal echt cool, wenn du mich auch als unersetzlich eintragen würdest. Also das wäre irgendwie ganz nett so. Aber vielleicht sehe auch nur ich das so. Weißt du, weil ich bin nämlich eigentlich voll der coole Freund und so. Und ich mache Let's Plays auf YouTube. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Glaub ich. Noch irgendwas anderes hinterher? Ein paar Erdnüsse? Ne. Ein Pfefferminzbonbon. Guck mal. Hier zum... Damit du immer einen frischen Atem hast. Okay. Auf frischen Atem legt ihr nicht so viel Wert. Na gut. Wenn dem so ist, Gendorf, dann ist dem so. Und, äh, ja. Die Bewohner schlafen den Schlaf des Gerechten. Hering spielt mit Reska. So ein bisschen putzi putzi. Und so. Finde ich vollkommen gut. Maxi ist gerade bei der Arbeit. Wo arbeitet sie denn spät nachts? Im Hutladen. Natürlich. Wo soll sie auch sonst arbeiten? Mitten kurz vor 22 Uhr. Da kauft man ja die meisten Hüte. Erfahrungsgemäß. Gut, ja. Dann würde ich sagen, wir gucken noch mal ganz kurz in die Verwaltung rein. Lebhafte Inselatmosphäre. Hm. 28,7 Jahre im Durchschnitt alt. 15 zu 7. 76 Probleme gelöst. Aber da geht eindeutig noch mehr, würde ich sagen. Bei der Charakterübersicht stellen wir übrigens mittlerweile fest, dass... Wer ist neu mit dazu gekommen? Naja, der Weihnachtsmann. Eben genauso wie Pikaschnu, eine lebhafte Fillertgranate. Bin gespannt, inwieweit das zutreffen wird. Wer ist noch mit neu dazugekommen heute? Spielvogel. Kühle Intellektuelle. Äh, genauso wie Sidney. Nüchtern Zielstrebig. Gendorf und Edna. Hatten wir schon. Und nüchterner Freigeist. Hellnagel. Und, äh, Johannes. Jetzt, äh, ja. Werden wir mal sehen. Wie sich das jetzt hier noch so weiterentwickeln wird. Also, Putsi, 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 Katze. Ähm, ja. Kann hier leider momentan wirklich nicht so viel mit den Leuten machen. Aber gut, das wusste ich nicht. Dass da so wenig Action mit denen auf einmal ist. Und, äh, dementsprechend würde ich sagen, dass ich jetzt die Tage dann nochmal nachmittags wieder spielen werde. Oder vielleicht, wenn ich es irgendwann einrichten kann, auch mal vormittags. Damit wir dann vielleicht nochmal gänzlich andere Abenteuer hier in Tomodachi Live erleben können. Jetzt sollen die Bewohner aber auch ihren Schlaftiskrechten bekommen. Und ich dann auch ganz bald. Und, ja. Dann soll's das für den Moment einfach mal wieder gewesen sein. Ich war der Herring Ray. Das war Tomodachi Live für den Moment. Ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö. 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 Vielen Dank.